Die Quarantin-Sessions Guten Morgen, auch vielmals willkommen zur 8. Edition von den Quarantin-Sessions. Normalerweise könnten wir nur 11 Uhr gemütlich an der Abtei Neumünster sitzen und dort einem guten Konzert nur lernen. Leider ist es an der aktuellen Situation nicht menschlich. Ich bin ganz froh, die Hauptdisch-Edition mit zwei fantastischen Musikern zu bestreiten. Das entkehrt Marley Marquez an den Paul Janoschka. Wir fangen direkt an mit einem Lied, das heißt Kukuru Kuku Paloma. Viel Spaß! Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hace en su muerte la fue llamando. EIN, ISOP La was donc, wie sieht Ihr 같은데. So Fr yelling es immer livelihoods oder vierten. Y rustisch undALB tooken raőr. Es ist immer wieder stockp数, resumale Đouta. Ich lesbestere weit canen, was eine clause ver Side-Sessions zuґen. Ay, 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 canto, ay, 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 de pasión mortal moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú paloma. Cucurrucucú. Cucurrucú. 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 Ay, 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 que van a saber de amores. Cucurrucú. 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 von einem Film, Habla con ella, vom spurnischen Regisseur Pedro Almodovar. Du hast eine wirklich magische Szene, wo Leute am Garten sitzen und dann fängt eine Band an zu spielen, den Queterno Veloso, und die spielen dieses Lied. Mega schön, auch ein mega schöner Film. Wir machen weiter mit einer Komposition von Paul Janoschka, und die heißt Kneidel. Wir machen weiter mit einer Komposition von Paul Janoschka. Wir machen weiter mit einer Komposition von Paul Janoschka. Wir machen weiter mit einer Komposition von Paul Janoschka. Wir machen weiter mit einer Komposition. Wir machen weiter mit einer Komposition. Amen. 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 Das nächste Lied, das wir los spielen, hat ein Stück, das ich für meinen kleinen Buch geschrieben habe. Und so wie wahrscheinlich viele keiner, will den auch Astronaut genutzt werden. Und das Lied habe ich dafür, kleine Raketenmann. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Chega de saudade, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020